so leute heute ist der 20ste und die 20 befindet sich hier oben sind ja seht ihr so leitstäbe also sind das logischerweise denke ich mal raketen ziemlich bekannte raketen auf viele erkennen sie jetzt schon das sind die skyrockets zwei stück grün und rot sehr sehr gute billigraketen von jorge jeweils mit 9 gramm sechs stück kosten 2-3 euro mehr sollten sie nicht kosten und die gehören zu jedem silvester dazu und dann wünsche ich euch viel spaß beim test so leute zweimal skyrocket sehr geil